Nicht wahr, es ist keiner lang! Keiner lang! Bei Mathea made it. Und dieses ganze Politische dann auch immer. Was soll'n dieser Dreck mit diesem fucking politischen... Alle, die nichts drauf haben, also die keine Vision haben und nichts handwerklich drauf haben. Das sind diejenigen, die dann anfangen, irgendwie politisch zu arbeiten. Weil, da muss man nichts drauf haben. Da muss man nicht irgendwie zaubern können oder irgendwie etwas machen oder irgendwie brillante Gedanken haben. Es reicht, dass man einfach ganz einfach sagt, das Böse ist Böse und das Gute ist gut und was das Böse und was das Gute ist, das, das entscheidet ganz allein der Trend! Der Trend! Der Trend! Das ist der Feind der Intellektuellen, das ist der Feind der ganzen Avantgardisten, das ist der Feind der ganzen Alchemisten, aber wir brauchen den Alchemismus! Mein Schatz, mein eigen! Hallo! Und diese Frauenrollen sind ja auch wirklich immer sehr, sehr, sehr zu bedauern. Und das heißt ja nicht, dass wenn wir eine Frauenquote haben, dass dann auch die richtigen Frauen an die Macht kommen. Es war ja davor auch schon immer Frauen an der Macht. Aber sie haben nicht dafür gesorgt, dass die anderen Frauen irgendwie was Anständiges schaffen können. Nein, es waren alles nur Stockholm-Syndrom-Frauen. Und in der Zukunft wird es auch so sein, dass irgendwelche Arschkriecherinnen und Stockholm-Syndrom-Frauen weiterhin an die Macht kommen. Sie werden sich weiterhin vermehren. Aber die Frauen, die schon immer gefährlich waren und immer noch gefährlich sind für die Kunst, für die Gesellschaft, denen wird man nicht eine Plattform geben. Aber das ist ja auch gar nicht so schlecht. Denn Freiheit, das muss man sich nämlich immer wieder erkämpfen. Freiheit wird dir nicht geschenkt. Alleine nicht mal ein Punkt Ich will mit besprechen. Ich bin alleine. Ich habe mal was gehört. Und zwar habe ich gehört. Aber das wird mir niemand glauben. Aber naja, vielleicht auch schon. Vielleicht auch nicht. Aber ich habe gehört, dass... Komm mal her. Ich habe gehört, dass einschläge geplant sind. Auf Theater. Und... Naja, ich darf jetzt nicht weiter werden. Ich meine, dieses ganze Angebot... Das funktioniert ja irgendwie nicht. Nein... 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 Wir müssen das System hacken. Wir müssen das System hacken. Wir müssen das System hacken. Hack the system. Hack the system. Ich meine, der Meister wird uns doch niemals irgendwie das Werkzeug geben, um das System zu verändern. Um das... Das Haus des Meisters zum Einsturz zu bringen. Nein, wir müssen ganz neue Welten erschaffen. Ganz neue. Und egal, was wir tun. Es ist scheißegal. Einfach nur anfangen zu machen. Und nicht zu viel denken. Denken macht doof. Denken macht doof. Spürst du das Universum? Das Universum. Das spürt dich auch. Das ist schon ein bisschen. Das ist ein bisschen...